Die Kaiser Chiefs Johannesburg sind ein südafrikanischer Fußballverein, der am 7. Januar 1970 im Johannesburger Stadtteil Soweto gegründet wurde. Die Kaiser Chiefs werden in Südafrika auch liebevoll Amakosi bzw. Glamour Boys genannt. Das Team ist benannt nach ihrem Gründer, der südafrikanischen Fußballlegende Kaiser Motown, heute Präsident des Vereins, und den Atlanta Chiefs aus der North American Soccer League, bei denen er früher spielte. Seit Gründung der Liga dominieren die Kaiser Chiefs zusammen mit den Orlando Pirates und den Mamello Di Suntons die Premier Soccer League in Südafrika. Mit den Orlando Pirates, die ebenfalls in Soweto spielen, verbindet sie eine große Rivalität. Die Kaiser Chiefs zählen zu den beliebtesten Klubs in Südafrika. Spielstätte der Mannschaft ist das FNB-Stadion, benannt nach der First National Bank. Das zudem Austragungsort verschiedener Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika war, darunter dem Eröffnungs- und dem Finalspiel. Das auch Soccer City genannte Stadion verfügt seit dem letzten Umbau über eine Kapazität von 94.700 Zuschauern. Bekannte Spieler Größte Erfolge International African Cup Winners Cup 2001 National südafrikanischer Meister 1974, 1976, 1977, 1979, 1979, 1981, 1984, 1989, 1991, 1992, 2004, 2005, 2013, 2015 in der National Premier Soccer League In der National Soccer League In der Premier Soccer League 2004, 2005, 2013, 2015 MTN 8 1974, 1976, 1976, 1977, 1981, 1981, 1982, 1980, 1985, 1987, 1989, 1991, 1992, 1990, 1994, 2001, 2006, 2008 Mainstay Cup Mainstay Cup 1979, 1979, 1981, 1982, 1982, 1984, 1987, 1987, ABS A Cup 2006 Bob Safe Super Bowl 1992, 2000 Coca-Cola Cup 2001, 2003, 2004 JPS Knockout JPS Knockout 1984, 1986, 1986, 1988, 1989, 1989, Olsons Challenge Cup, 1987, 1989, 1989, Kassel Challenge Cup, 1990, 1991, Rotmans Cup, 1997, 1998, Live Challenge Cup, 1971, 1972, 1972, Dats und Challenge, 1983, Benzen & Hedges Cup, 1976, 1977, Live Challenge Cup, 1971, 1972, 1972, Stalo Cup, 1970, UCT Super Team Competition, 1972, 1972, Sales House Cup, 1974, 1976, 1980, 2019, 1981, 1982, 1982, 1984, Panasonic Cup, 1986, Sonstiges Die britische Band Kaiser Chiefs trägt seit der ehemalige Chief-Spieler Lukas Rade bei Leeds United spielte ihren an den Fußball-Club angelehnten Namen. Cheftrainer der Kaiser Chiefs war von 2005 bis März 2007 der spätere Coach von Arminia Bielefeld, Ernst Middendorp.